Verkaufen 2.0. Eine neue Dimension hat begonnen. Der Kunde, der morgen in Ihr Geschäft kommt, weiß mehr und weiß auch schon den besten Preis. Nun gilt es in zwei Stellen zu siegen. Schaffen Sie es, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen, an dem Vertrauen erzeugt wird und der Ihnen als Verkäufer in diesem Moment abnimmt, dass Sie sein Bestes wollen? Und der zweite Aspekt, der wahrscheinlich noch entscheidender sein wird, wird, schaffen Sie es, dass der Kunde in dem Moment, wo er bei Ihnen im Geschäft steht, auch eine Entscheidung trifft, eine Kaufentscheidung. Der entscheidende Faktor wird sein, in diesen beiden Elementen in der Zukunft zu agieren. Der Kunde von morgen hat sich bereits entschieden, tun Sie es auch.